So hochsommerliche Gewitterklumpen mit Unwettern werden wir noch nicht bekommen, aber es wird sehr, sehr unruhig und ungemütlich, teilweise auch gefährlich. Wir bekommen es mit Tiefzacharias zu tun, das liegt über der Mitte Deutschland und es trennt die Luftmassen. Wir haben nach Norden zu eher sogenannten Stratiformenregen, das heißt gleichmäßigen Regen im Nordostwind und im Südwesten Südwestwind mit Schauern, Gewittern und starkem Platzregen. Da können auch mal Graupel und Hagel dabei sein und binnen Sekunden besteht einerseits akute Glättegefahr durch Graupel und Hagel auf der Straße, auf der anderen Seite Aquaplaning-Gefahr und schlechte Sicht durch Gischt. Direkt am Alpenrand fällt Regen und hier sehen wir den Regen heranziehen, vor allen Dingen in der Mitte, zieht dann weiter nach Norden und im Süden haben wir dieses Schauer- und Gewitterwetter. Wer in die Alpen fährt und über die Alpenpässe muss, braucht nochmal Winterausrüstung. Die Schneefallgrenze kommt hier wieder auf unter 1500 Meter Höhe runter und zwischendurch sind wie gesagt Gewitter dabei, vor allen Dingen in der Mitte, besonders aber im Süden und Südosten. Das ist sogenannte hochreichende Kaltluft, mit der wir es zu tun haben. Da entstehen die Gewitterwolken und lösen eben die Schauer und Gewitter aus. Begleitet wird das Ganze vom starken bis stürmischen Wind und in Schauer- und Gewitternähe besteht die Gefahr von Sturmböen. Das heißt, das Lenkrad bitte gut festhalten. Es wird dann im weiteren Verlauf ein bisschen ruhiger. Aber der Nachmittag bleibt eben im Süden unruhig. In Alpennähe regnet es sich ein, im Norden regnet es weiter. An den Küsten bleibt es trocken mit milchigem Sonnenschein. Achtung, hier haben wir eine sehr hohe Sonnenbrand- und Sonnenstichgefahr, weil wir die Kraft der Sonne nicht merken. Das Ganze bei Temperaturen von 11 bis 17 Grad. Im Dauerregen ist es zum Teil einstellig. In den Abendstunden sind es so 12 bis 5 Grad. Dazu fällt in der Mitte und im Süden immer noch Regen. Nur der Wind, der lässt allmählich nach und dreht auf nördliche Richtungen. Und er nimmt dann so das Regengebiet langsam in den Südosten mit. Und dann haben wir in den Frühstunden in der Südosthälfte noch Regen. In der Nordwesthälfte, da klart der Himmel auf.